Glaubst du jetzt wieder Pause machen oder gibt es schon im Hintergrund? Ja, schwer. Normalerweise ist er jetzt in einer Situation, wie es sich ein Trainer eigentlich wünschen kann. Er geht als erfolgreicher Trainer von Frankfurt und immer wenn er erfolgreich ist, hat man auf den guten Deutsch gesagt keinen Stress. Wenn man aber rausgekaut wird, dann ist immer ein bisschen ein negativer Touch dabei. Aber wenn man wo geht, als Europa-League-Sieger mit einem Underdog, dann dauert es drei, vier Monate, wo die ersten Trainer fliegen bei den Top-Clubs und dann ist er im Gespräch.